Das ist alles, was ihr Weiber könnt, euch aushalten lassen, während wir Männer uns in Bucke schuften. Das ist alles, ne? Ja, also ein Jahr später habe ich dann den Job im Hamburger Atlantik-Hotel angenommen. Abu hat im Bielefeld Maschinenbau studiert, allerdings nur bis zum Vordiplom. Tja, da hat der Nigger dann eine ganz große Äuglein gekriegt, als er mal richtig was schaffen musste. Und jetzt hier bei uns an der Titte vom Sozialamt hängen, das ist doch... Letzten Herbst ist der Bruder mit dem Fahrrad unter einen LKW gekommen, der ihm die Vorfahrt genommen hat. Sie konnten nur noch das linke Bein und eine Hand retten. Jetzt denkst du, dass mich das irgendwie bewegt, ja? Oh, hier steht ja, dass heute eine Feier des Kleingartenvereins Kröner Busch stattfindet. Ist das noch aktuell? Das ist heute. Na ja, also 15 Gäste, großer Saal, kaltes Buffet, 14 Uhr in einer Stunde. Das ist heute.